Global heißt, sich politisch korrekt zu äußern. In Gesprächen, zu Hause, noch mehr, wenn der Regen kommt und geht. Wir gehen schnorcheln und essen und aber am Geld zu sparen. Wir lieben uns und es ist viel zu dunkel. Global heißt, im Bioladen einzukaufen und bei Aldi den Wein. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020